Hallo Freunde, ich bin Christian Schoenmer, Pathotherapeut, Diplomationologe, Beziehungscoach und ja, ich habe einfach so eine krasse Nachricht gekriegt aus meinem Datingkurs für Frauen, die will ich unbedingt mal vorlesen, so eine Erfolgsgeschichte, das ist einfach zu geil und die Liebe Schipplerin ist einfach so begeistert, das wollte ich einfach mal weitergeben und genau, es ist ein Datingkurs für Frauen und sie schreibt zu dem Punkt Augenkontakt und Lächeln, also geht um Offline jemanden kennenlernen, schreibt sie, ich poste tatsächlich nie, aber das muss ich einfach posten, heute ist der dritte Tag, seitdem ich diese Übungen hier mache, Folgendes ist passiert, Flirtsituation, Tag 1, erste Versuche, Typ auf dem Fahrrad angelächelt, ein Lächeln zurückbekommen, Beobachtung, viele Männer auch schlecht im Flirten und ich bin zurückhaltend verschlossen an Orten, wo viele Menschen sind, ich traue mich nicht, warum? Tag 2, Typ hinter mir im Restaurant, als ich mit einer Freundin essen war, ich drehe mich um, weil ich nach dem Kellner rufen will, er fühlt sich angesprochen, ich lächle, hilft mir dann sogar, den Kellner zu rufen und verabschiedet sich ganz freundlich und aufmerksam beim Gehen. Also geht mit dieser Übung, das so aufzubauen, dass man mit Männern in Kontakt kommt, also das ist wirklich großartig. Tag 3, U-Bahn, auf dem Weg von S zu U-Bahn, ein Mann kommt die Treppe hoch, ich lächle ihn an, also man sieht jetzt auch den Fortschritt bei ihr hier, er sieht es, schaut verwundert, ich lächle nochmals, weil ich wahrgenommen habe, dass er darauf reagiert. Ich gehe weiter, er kommt hinter mir her, fragt, kennen wir uns? Ich sage nein, ich habe nur ein Outfit bewundert, er schaut ziemlich cool, das sieht schön aus. Er fragt Smalltalk Stuff, wir quatschen kurz, er fragt, ob ich Lust hätte, einen Kaffee zu trinken, wir tauschen Nummern aus. Als er geht, schaut er verwundert und verzauert hinter mir her und ich lächle ihn an. Krass. Kurz zuvor habe ich mir übelst den Kopf über mein Outfit zerbrochen, mich für gemütlich und me entschieden. Diese Übung ist der Hit, so schön. Macht diese Übung. Macht die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Tschau ihr Lieben.